Hey Leute, es ist Jerox hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Inventions Tutorial. Heute geht es um diesen kleinen Wunderkasten hier, das ist meine Ticketmaschine, die ihr auch schon im Showcase Video gesehen habt. Die kann so einiges und zwar geht es dabei darum, dass wir hier mal ein paar Credits reintun. Ich habe einfach gesagt, dass es Industrial Credits sein sollen. Jetzt können wir uns hier ein Ticket aussuchen, zum Beispiel Hauptbahnhof, normal, und können uns das kaufen. Da gibt es uns das Wechselgeld wieder und das Ticket. Also, das Ding ist auch eigentlich total kompakt, ich kann euch das mal zeigen, ganz kurz. Die einzige Technik steckt hier unten drin, in diesen 1, 2, 3, 4, 5 Blöcken. Und vorne halt noch der Dropper und das da drunter, also es ist echt kompakt, also richtig kompakt. Dann meint das mal eben ganz kurz wieder zu. Und dann werden wir das Ganze mal drüben an unserem Tutorial Bahnhof bauen. Das, was ihr im Inventar habt, ist auch schon alles, was wir dafür brauchen. Also, 2 Advanced Computer, eine Ticketmaschine, ein Dropper, 3 Wild Modems, 4 Networking Cables, Enerchest ist jetzt nicht unbedingt, 4 Monitore und Ink und Paper für die Ticketmaschine. Dann fangen wir direkt mal an. Ich würde sagen, das lassen wir hier in die Säule ein. Es fängt alles an mit einem Computer hier und einem Computer hier. Es ist egal, in welche Richtung die schauen, aber wenn ihr es so wie ich, genau so wie ich baut, müsst ihr in der Config von dem Programm ganz wenig verändern. Das werde ich gleich nur erklären, was ich damit meine. So, erstmal die Ticketmaschine hier nehmen, einen nach oben zeigender Dropper daneben. So, das wäre es mit den Blöcken. Und dann haben wir hier noch diese Wild Modems. Die Wild Modems brauchen wir, um die verschiedenen Computer von Computer Craft und die Ticketmaschine miteinander zu verbinden. Mit Shift-Rechts-Klick können wir die hier ransetzen, hier ran und da oben. Und wenn wir jetzt diese Networking-Cables nehmen, hier dran, hier dran und da oben und einen dann davor mit Shift, haben wir das schon komplett verbunden. Was wir jetzt noch machen müssen, ist mit einem Rechtsklick das zu aktivieren. Ihr seht jetzt, hier ist ein roter Ring rum und im Chat steht Peripheral Computer 15 Connected to the Network. Oder to Network. So, das machen wir mit allen dreien und die Namen müssen wir uns auch merken beziehungsweise wir können sie ja im Chat immer wieder aufrufen. So, dann wäre es das vom Gebauten schon erstmal beziehungsweise die Monitore noch und dann wäre es das schon. Der Rest ist jetzt nur noch Verschönerung mit den Blöcken hier komplett so. Ja, okay. Was wir noch beachten müssen, unter dem Dropper hier muss eine Kiste oder eine Pipe oder halt eine Ender-Chest um die Credits, die man bezahlt, da reinzutun. Ich habe jetzt hier diese Ender-Chests mit White, White, White. Da sind jetzt schon welche drin vom Testen der anderen Ticketmaschine da drüben. Sind schon eine ganze Menge drin. Ich tue die einfach mal hier drunter. Das passt so. Hauptsache die ist da drunter halt und der kann die Tickets irgendwo hin tun, sonst wird das Programm irgendwann crashen. So, jetzt müssen wir natürlich noch diese Computer hier, die bis jetzt noch keine Funktion haben, programmieren. Und zwar tun wir das so. Ich habe extra für die Ticketmaschine einen Installer geschrieben. Beziehungsweise habe ich den Installer für alle ab sofort kommenden Computer-Craft-Programme geschrieben. Was ihr eingeben müsst, ist, ihr startet also ganz normal den Computer und gebt ein, paste the bin, run und dann diesen Code hier. Der ist auch in der Videobeschreibung das komplette. Müsst ihr einfach nur markieren, STRG-C und dann hier drin STRG-V. So, und jetzt haben wir Enter gedrückt und sind schon direkt in dem Installer hier. Xerox Installer V10. Und jetzt können wir aussuchen, Deutsch oder Englisch. In unserem Fall Deutsch. Und jetzt können wir entscheiden, welches Programm installiert werden soll. Ticketmaschine Main ist für den Hauptcomputer vorne und Ticketmaschine RS, beziehungsweise, also RS steht für Redstone, ist der Computer hier hinten. Wir installieren also in diesem Fall Ticketmaschine RS und wenn er uns fragt, ob wir es wirklich installieren wollen, drücken wir auf Ja. So, jetzt sehen wir hier schon, das Programm ist geladen. Copyrights Yorks TV, Yorks TV.de Und dasselbe machen wir hier vorne auch. Pastebin, Run und den Code. Enter. German or English. Jetzt drücke ich einmal Englisch, nur damit ihr seht, dass es auch funktioniert. Halt ist letztendlich nur dieser eine Satz und gleiche, ob man es installieren will, der verändert wurde. In dem Fall ist es jetzt Ticketmaschine Main. Und jetzt fragt ihr uns, ob wir das installieren wollen. Sagen wir Yes. Wenn wir auf Cancel drücken, schließt ja das Programm und wir müssen nochmal das Pastebin eingeben. Aber in dem Fall drücken wir jetzt Yes und es ist installiert. Und es ist da. So. Jetzt stehen hier natürlich noch Zahlen einfach nur für die verschiedenen Tasten. Und es ist auch eine bestimmte Anzahl an Tasten. Aber man sieht, es funktioniert. Wir können die Typen ändern, aber viele Sachen funktionieren noch nicht. Dann fangen wir direkt mal hier hinten an den PC an, weil da weniger Optionen sind. Halten Steuerung und T gleichzeitig gedrückt, um das Programm zu beenden. Zu beenden und geben ein Edit Startup. Ich habe jetzt Tab gedrückt, um es zu vervollständigen. Startup, so heißen die beiden Programme, damit das Programm direkt beim Computerstart gestartet werden. Also beim Computercraft Computerstart. So. Edit Startup. Und jetzt haben wir hier schon unsere paar Einstellungen. Mehr Einstellungen sind es für den PC auch nicht. Bei dem anderen sind es deutlich mehr. Jetzt haben wir erstmal die verschiedenen Richtungen. Für Dropper, Modem, Credit Direction, Ticket Direction und Ticket Machine. Das erkläre ich gleich noch, die hier unten. Jetzt erstmal ist der Dropper, wenn man diesen PC von vorne betrachtet, auf der Rückseite. Es gibt, so ein PC hat sechs Seiten, wie ein Würfel halt. So. Front, Back, Top, unten drunter ist Bottom und hier ist Right, Left. Immer daran orientiert, wo vorne das Display ist. So. Dann gehen wir jetzt mal ran. Und geben jetzt hier, also das ist schon richtig so, weil wir es ja genau so aufgebaut haben, wie ich es aufgebaut habe, da hinten. Back, der Modem ist auf der Oberseite. Top. Jetzt haben wir noch Credit und Ticket Direction. Credit Direction ist die Richtung, in die das Ticket nach unten in die Truhe oder in die Pipe kommt. Das ist in dem Fall einfach Down. Und zwar bei Richtungen ist es immer ein kleines bisschen anders. Da haben wir nicht Right, Left, Front, Back. Äh, Front, Back. Ja doch. Sondern wir haben Up, Down, Left, Right. Äh, Quatsch. Up, Down. Und dann haben wir die vier Himmelsrichtungen. Wenn ihr jetzt mal bei mir oben links hier guckt, da seht ihr hier, wo meine Maus ist, eine Himmelsrichtung. So. Haben wir East, North, West und South. So. Dann haben wir hier Ticket Direction. Ist zum Beispiel von der Ticketmaschine zum Dropper. Das wäre in die Richtung. Und wir sehen hier oben West. Das heißt, wir gehen an den Computer hier und geben da, wo im Moment noch North steht, West ein. So. Das hätten wir schon. Jetzt will er noch hier eine Variable haben für die Ticketmaschine, wie sie heißt. So. Standardmäßig Open Peripheral Ticketmaschine 0. Aber da ich in dieser Welt schon mit mehreren Ticketmaschinen gearbeitet habe, heißt diese Ticketmaschine Open Peripheral Ticketmaschine 4. Das heißt, wir setzen hier hinten eine 4 dran. Und schon ist das Programm hier vollständig. Es sei denn, ihr wollt natürlich noch das Währungsitem hier ändern. Da müsst ihr die Minecraft-ID für raussuchen. Da müsst ihr im Internet mal, wenn ihr ein Vanilla-Item nehmen wollt, im Internet gucken. Das wäre jetzt schon mal eingestellt. Wir lassen das mal bei den Credits. Steuerung. Der haben wir hier unten in unseren Cursor. Hier. Wir können auch, ne mit der Maus geht das nicht. Können auf Save drücken. Und auf Run, um es zu starten. Jetzt müssen wir noch den hier vorne konfigurieren. Steuerung. T gedrückt halten. Edit. Startup. Jetzt haben wir hier eine ganze Menge Einstellungen. Der Monitor ist oben. Der Modem ist an der Rückseite. Das bleibt schon mal so. Jetzt können wir noch einstellen, wie viele Ziele haben wir. In unserem Fall sind es zwei. Hauptbahnhof und Wald. Ist zwar jetzt unnötig, dass wir Wald machen, weil wir ja bei Wald sind. Aber ich programmiere es mal ein, weil eine ein bisschen wenig wäre. So, wir stellen ein. Destination 1 machen wir zu Wald. Und Destination 2 machen wir zu Hauptbahnhof. Muss man auch achten, dass man das mit Caps richtig schreibt. Weil so auch später das Ticket benannt wird. Jetzt haben wir hier die verschiedenen Kosten. So. Wir haben jetzt verschiedene Kosten eingestellt. Da drüben hat man schon gesehen, Hauptbahnhof kostete 5. Kost 2 gehört zu Dest 2. Also Destination 2. Und Wald kostete 6. So. Jetzt haben wir das einfach mal so eingestellt. Das ist ja einfach willkürlich, um zu zeigen, wie es funktioniert. Jetzt haben wir auch noch zwei Farben. Und zwar gibt es verschiedene Farben bei Computer Craft an sich. Wir haben immer Colors Punkt. Und dann haben wir die verschiedenen Minecraft Farben. Ich würde jetzt mal für ausgeschaltet, würde ich sagen Green. Und für eingeschaltet nehmen wir mal Lime. So. Haben wir zwei Farben ausgesucht. Jetzt wollen wir zwei Arten von Tickets. Zwei Arten von Tickets bedeutet, ob wir ein normales und ein Express-Ticket wollen. Die können wir aber auch noch umbenennen. So. Das heißt, wenn wir es wollen, schreiben wir True hin für wahr. Das ist Englisch. Oder False für falsch. Das sind einfach so die Wahrheitswerte, die man in der Programmiersprache benutzt. Jetzt können wir auch noch die beiden Arten benennen. Das ist normal Express. Das bleibt erstmal so. Und jetzt werde ich noch weiter programmieren, dass das Ticket dann auch noch ein Prefix bekommt. Das heißt, vor der Destination steht dann zum Beispiel N, Minus und dann die Destination. Und bei einem Routing-Tutorial werde ich euch dann zeigen, wie ihr das dann verwertet. Also verwendet. Ja. Das wäre es dann erstmal. Das werde ich weiter programmieren und immer wieder updaten. Da wird es nochmal ein geupdated-tutorial geben. Obwohl geupdated-tutorial ist eigentlich richtig. Hört sich nur kacke an. Local-Cost-Multiplier ist der Wert, um wie viel das vielfach bzw. verringert wird. Also Tickets der zweiten Art. So. In dem Fall wollen wir, dass ein Express-Ticket, Type 2, doppelt so viel kostet wie ein normales Ticket. Das heißt, wir geben 2 ein. Wir könnten auch 0.5 eingeben für halb so viel. Aber in unserem Fall ist es, wie gesagt, 2. So. Und jetzt können wir einstellen, wie oft soll dieser Credits-Counter hier unten aktualisiert werden. Das kleinste ist 1. Und 3 habe ich so von Standard eingestellt, weil es eine ganz gute Zahl ist. Ihr müsst beachten, desto kleiner die Zahl, desto mehr Lack gibt es. Weil desto öfter guckt er, wie viele Credits hier drin sind. Und desto öfter werden hier Daten transmitted. Bei einem Computer ist es egal. Wahrscheinlich egal, welchen Wert man nimmt. Es sollte auf jeden Fall über 0 sein. Wenn es 0 ist, habe ich eingestellt, dass es automatisch auf 1 gemacht wird. Also es muss 1 sein unbedingt. Und bei einem Computer wird sich dann nicht viel tun. Aber wenn ihr dann ein ganzes Bahnhofssystem habt mit mehreren Dingern und überall ist es auf 1 gestellt, macht das schon eine ganze Menge Lack. So. Das bleiben wir erstmal so. Und hier unten fängt dann der ganze Code an. Da habe ich eine ganze Menge programmiert. Wenn euch das interessiert, also wenn ihr interessiert und von euch sowas interessiert, dann kann ich da auch mal ein komplettes Tutorial zu machen, wie ich das programmiert habe und wie das ganze Programm funktioniert. Aber so hatte ich das erstmal nicht vor. Save, Run. So, jetzt sehen wir schon, unsere Farben funktionieren. Sind jetzt vielleicht nicht die geilsten Farben, aber für Wald passt das wahrscheinlich. So, jetzt mache ich das hier mal zu. Und jetzt können wir ja mit den Slabs hier oder so, oder ich nehme mal einfach meine Concrete-Dinger hier, können wir ja jetzt hier das mal zubauen. Hier müsst ihr unbedingt einen drüber Platz lassen. Jetzt haben wir hier so, so, zack, zack. Dann baue ich es mal ganz schnell zu. Und wie gesagt, hier drüber, da könnt ihr einfach zubauen. Das ist halt extrem kompakt. Nur damit es gut aussieht, ist es dann halt ein zweimal, dreimal, dreikasten. So, einfach von hinten hier. Könnt ihr einfach draufklatschen. So, und ihr werdet gleich sehen, wenn ich das Programm mal starte. So, ich werde das nochmal, andernmal fertig bauen. So, wenn ich das, das Programm ist gestartet. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein paar Credits rein tue, seht ihr schon, der Credit-Counter wird geupdatet. Alle drei Sekunden. Jetzt sind es sieben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zum Hauptbahnhof fahren wollen, kostet es nur 5 bei. Kriegen unsere zwei Credits. Und das Ticket nicht, denn hier fehlt Paper und Ink. So, ihr könnt auch von hier unten, per Pipes, könnt ihr das anliefern lassen. Ich hatte drüben in dem anderen Bahnhof jetzt, ähm, Creative, äh, Creative, ähm, Creative Strongboxes genommen. Ich weiß nicht, das war von Thermal Expansion, glaube ich. Oder Thermal Foundation, habe ich genommen, damit man noch ein Endlicht davon hat. Auf jeden Fall könnt ihr das von unten beliefern, damit auch immer genug Paper und Ink drin ist. Weil ein Ticket kostet immer ein Paper und ein Ink. Das ist halt so. So, Hauptbahnhof, normal. Jetzt hat er natürlich unsere Credits gezogen, ohne dass es geklappt hat. So, wir wollen sieben. Drücken. Wahrscheinlich ist das Programm jetzt abgeschmiert, weil er keine Ink hatte. Ja, das Programm ist abgeschmiert. Jetzt starten wir es nochmal. Das Wichtigste ist, dass ihr erst das Programm hier startet, dann das hier wieder schließt und nochmal startet. Also, ihr müsst erst das hintere starten, dann das fordere. So, jetzt funktioniert das hier. Er hat direkt erkannt, sieben Credits drin. Wir wollen ein Hauptbahnhof, normales Ticket, buy. Zack, zack, beide Ticket, äh, beide Credits und das Ticket. Das andere hatte ich noch von gerade. So, und dann könnten wir theoretisch, der Zug ist jetzt nicht an, aber könnten wir jetzt fahren, aber machen wir jetzt mal nicht. Aber so ist diese Ticketmaschine hier schon komplett funktionsfähig. Die macht, was sie soll. Und wie ihr schon gesehen habt, ist halt diese, ähm, das, äh, die Installation und sowas von den ganzen Programmen extrem einfach, weil ich mich halt, weil ich halt auch, ähm, versucht habe, es möglichst simpel zu machen für die Leute, die sich nicht so mit Computercraft befassen und sich damit nicht so auskennen. Ja. Das ist die Ticketmaschine. Ich hatte jetzt da anders noch ein bisschen designt mit Umrandung und sowas. Ist ganz schick geworden. Ja. So sieht's aus. Und das komplette Programm ist übrigens auch, was die Monitore angeht, skalierbar. Das heißt, wenn wir das mal machen und das Programm hier vorne neu starten, STRG RUN, skaliert sich das auf die beiden Bildschirme, also auf die, äh, auf den Doppelbildschirm drauf und dementsprechend sind die Knöpfe größer und man kann längere Titel eingeben. So, aber das brauchen wir jetzt nicht, weil unser Kasten, also unser 2x3x3 Prinzip arbeitet mit einem 2x2 Monitor. So, funktioniert alles perfekt. So. Das war das Programm. In der Beschreibung findet ihr den Code für den Pastebin-Download und auch einen Link zu meiner Webseite, wo ihr unter Downloads auch die Welt hier runterladen könnt. Die wird sich stetig erweitern. Ich werde die immer weiterbauen. Das soll am Ende so eine richtige, komplette Stadt werden mit Railway Systems und meinen ganzen anderen Minecraft-Modded-Erfindungen. Am Ende wird das eine richtige Stadt mit vielen Funktionen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Das hilft wirklich mehr, als ihr glaubt. Und abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Das war's für heute. Nächstes Mal besprechen wir eine kleine Sache dort drüben, denn, wie ihr hier auch schon sehen könnt, muss man halt als Fußgänger manchmal die Gleise überkehren. Aber ohne Überweg, also ohne Schranke und sowas, ist das natürlich ein bisschen gefährlich. Also werde ich euch das nächste Mal zeigen, wie ihr einen automatischen Bahnschrank gebaut. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein. Ja, wir sehen uns